Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Chaoten Video, das ist Mr. Waschbär. Ja! Und irgendwie meine Lippen werden nicht richtig bewegt. Das ist egal. Na, haben wir noch jemanden dabei? Wer bist du eigentlich? Was macht denn der da? Ich habe mich reingeschlichen. Sieht irgendwie so komisch aus. Ja, Dörner. Bist du eine Kuh? Nein, ich bin ein Bulle. Oh, okay. Jetzt bin ich glaube ich schon wieder raus. Ja, ist doch egal. Also jetzt haben wir hier zum Beispiel die NFL-Skins von heute. Wir haben hier den Endzone-Skins. Das ist geil! Football-Skins! Was gibst du? Aber ich habe damals schon gesagt, die Leute, die die Fußball-Skins haben, die sollen lieber Viva spielen. Das fällt mir jetzt gerade beim Football schwer. Naja, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, aber ich möchte eigentlich jetzt auch nicht unbedingt ein Football-Skin. Ja, ich gebe dem halt echt nur 5 von 10. Okay, ich gebe dem 4 von 10. Ich gebe dem 6 von 10, weil mir gefällt die Fahrkombination. Man kann die ja wechseln, und zwar je nachdem, welche Mannschaft man bevorzugt von der NFL. Keine Ahnung. Ja, ihr habt davon keine Ahnung. Grinch-Kurl. Das ist eigentlich genau das Gleiche, also ich denke mal, das ist ja alles das Gleiche. Nein, das ist nicht alles das Gleiche. Dann gebe ich dem eine 7, weil man kann seine Lieblings-Faar-Kombination und sein Lieblings-Team wählen. Sein Lieblings-Team, genau. Das sind alles die gleichen Skins. Nur, dass unten drunter alles irgendwie anders ist. Ja, das sind halt die anderen, die passenden Trikots halt. Hä? Du kannst die Nummer und die Zahl aussuchen. Ja, und dann kannst du die Nummer und die Zahl aussuchen. Du kannst das Team aussuchen. Und dann je nachdem, welches Team du aussuchst, sind die Trikots anders. Sein, Fortmann. Äh, Football. Okay. Ja, also wir kommen jetzt zu den Skins, die ist genau das Gleiche und weiblich. Ja, das ist doch klar. Du musst doch immer eine weibliche Version mit dabei sein. Die kriegen doch auch immer die besseren Noten. Wir haben halt Brüste und dann kriegen die gleich wieder bessere Noten. Whistle Warrior. Okay, ja, ich würd sagen, zwei von zehn. Whistle Warrior. Ja, wir haben echt einen Schiedsrichter da mit reingenommen. Juhu. Ja, du wirst du ja. Äh, äh, vier von zehn. Äh, ich denke auch. Ist auch nur, ist halt nichts so Besonderes. Was für? Was denn? Tigi. Was für? Äh, wie cool hab ich gescheitzt? Ja, das ist witzig, echt. So, also. Äh, kack, kack. Dann haben wir hier den Striped Soldier. Striped Soldier. Ich würd sagen, den gibt ich 0 von 10. Ist ein ausgeben. Na, dem geb ich, äh, den finde ich, äh, den sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Ich geb den 5 von 10. Ich geb den, äh, 4 von 10, weil mir gefallen die Stiefel ziemlich gut, die Kassen zum Rest. Na, die Stiefel ist so typischer Standard bei Fort Neutke. So, ach, auch eine, eine Torpicke. Eine Football-Torpicke. 2 von 10 höchstens. Das ist ja witzig. Ja, das ist typisch einer, der von Football keine Ahnung hat, hey. Kann man was hören? Möcht ihr gar nichts? Hey. Aufgetriebe es nicht. Keinen Ton an. Brauchen den Ton. Hier gibt es keinen Ton. Da muss es Ton geben. Es gibt ja so. Wir brauchen auch Ton für die Emotes. Wir müssen Musik nachmachen. Was denn? Wir brauchen Ton für die Emotes. Ich kenne die Musik. Was denn? Du kannst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Achso. Du musst, 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 du musst. Oh Gott. Einfach noch mal raus, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. So, dann geht es mir vor nicht mehr. Warum, wer sagt das? Doch. So, hat man Glück gehabt. So, jetzt? So, jetzt hört man es, ist er, nur auf einen ollen Waschbären. Ja. Die macht gar keinen so. Doch, die macht Psch. Toll. Also, ich gebe der 0 von 10. Deswegen. Naja, also besonders toll sieht es ja wirklich nicht aus. Ja, also, ich gebe der auch nur 2 von 10. Ich finde sie auch nicht wirklich prickelig. Es gibt der eine 1. Ich finde die nicht, das ist nichts Besonderes. Ja. Man würde von, außer Distanz würde man nicht mal wirklich erkennen, dass das irgendwas mit Pupo zu tun hat. Das ist richtig. Oh Gott, der CPU ist gerade am Ausrasten. So, die ist allerdings cooler, muss ich sagen. Ja, der gibt mir auch noch 6 von 10. Und der gebe ich 7 von 10. Oder sogar, ich finde die richtig geil eigentlich mal. Lass mal, lass mal hören. Wie hört die sich an? Naja, der Ton ist jetzt nicht so toll, also 7 von 10. Also, 6 von 10. Du? Wenn du hast. Ich gebe der auch 6 von 10. 6 von 10? Okay. Nächste? First. Ach. First Downer. Ah, okay, also das ist dann die Markierung für das First Down. Wie hört denn die sich an? Ich gebe der 2 von 10. Äh, ich gebe der 3 von 10. Auch nur 2 von 10. Zeit von 10. Ach, 0, Standardleiter. Standardleiter bin ich voll und ganz bei dir, 0 von 10. Ich auch. Was haben wir hier? Haben wir noch eine? Ne. Ne, das war's dann hier. So, und dann. Das brauchen wir gar nicht bewerten. Victory Lab. Das ist wieder der, 2. Das Lenkrad mit dem Champion da unten eingraviert. Ich würde sagen, 2 von 10. Ich gebe der 5 von 10. Höll, klick mal da drauf. 5 von 10? Ja, 5 von 10. Ich kann so viel dagegen. Naja, es ist jetzt gar nicht so der Standard halt. Ich gebe der 3. 3 von 10. Ja, okay. Und jetzt geht's los. Und jetzt bin ich ja wieder raus. Ja, wippt man für uns alle mit, weil du was richtig gekauft hast. Wie findet ihr den Discofever? Das sind wir alle gepackert. Das bin ich nicht. Ich glaube nicht. Nehmen wir das. Du meinst Bulli. Bulli. Willst du Bulli genannt werden? Ja, du hast gesagt, er ist ein Bulle. Ja, ich bin Bulli. Waschi, Bulli, Tiggy. Alles klar. W, B, T. So, was gibt ihr dem denn für Noten im Discofever? Er ist halt mega geil. Er ist halt mega geil. Aber ich gebe dem 8 von 10. Ich finde, das ist so ein Klassik-Fortnite-Dance, deswegen gebe ich ihm auch eine 8. Ich gebe ihm auch eine 8, passt. Ey, 888. Und der Tipos. Wie oft habe ich den schon jetzt gesehen? Da gab es ein geiles Video, da hat sich einer tatsächlich so hingestellt im Match. Du holst dir den Tipos, ehrlich? 10 von 10. 10 von 10. 10 von 10, ehrlich, so ein einfacher Emo. 10 von 10, das ist so crazy. Ja, ich schläft so fast ein. Das ist mega geil, das Ding. Ähm, ja, ich gebe der 8 von 10, äh, 7 von 10. 7 von 10. Ja, ich gebe dem Tipos 7 von 10. Ich nehme auch eine 7 von 10. Das ist halt so was anderes mal. Das ist nicht so, was man kennt. Das ist schon cool, aber es ist halt echt, also mehr als 7 von 10 kann ich dafür nicht geben. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, heute mal zu dritt hier, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt, was sind die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben soll und schaltet es nächstes Mal wieder ein, was wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit uns hier, da dem Tiggi, mit mir und eventuell irgendwann auch wieder mit dem Dämon-Bully. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss, ich sehe aus wie eine Wolke gerade. So. Wie eine Waschwerwolke. Okay. Vielen Dank.